Servus miteinander, grüß euch. Guten Morgen aus Bad Hintelang heute. Wir sind heute genau wie gesagt im Bruck, das ist Richtung Hinterstein und wir wollen heute auf das Inburger Horn gehen. Jetzt sehen wir, dass so ganz viel Sonnenschein ist heute, aber es soll besser werden über den Tag, also die Niederschläge sollen aufhören, hat es geheißen. Jetzt gehen wir bis Kante Horn hoch zur Bergstation der Hintelanger Bergbahn. Viel Spaß euch, nicht vergesst einschalten www.hantetechnis.de und fährt euch. I think I'm officially lost. So Leute, jetzt sind wir oben. Zweieinhalb Stunden haben wir jetzt hoch gebraucht. Im Nebel schnieselt es ein bisschen, aber es regnet nicht. Schöne Aussicht, schaut mal rum. Wahnsinn, oder? Atemperaubend. Da hinten vor allem, das ist hier oben. Schönes Kreuz. Jetzt haben wir gerade Brotzeit gemacht. Festspaar. Die eine Hälfte hat Festspaar. Die anderen haben Brotzeit gemacht. Und jetzt wollen wir über diesen Rücken, zu dieser Wieselalm, zur Schnitzelalm. Wollen wir. So, da sind wir jetzt wieder im Tal. Jetzt haben wir Hunger. Jetzt gehen wir ins Brat. Gleich haben wir Glück und finden ein Restaurant, das jetzt schon geöffnet hat. Und ansonsten war das heute eine richtig coole Tour. Der Weg war toll, auch schon ein bisschen anspruchsvoller runterwärts, weil er auch ein bisschen schlammig war. Dann sage ich Pirti. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Es gibt nicht die Trucks. Wir sind eine Saison. Wir sind nicht angekommen. Ähnlich gut. Spannung. Das war's für heute. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017